Unsere Heimreise führt uns über Polen, wo wir in Bunzlau eine kleine Rast einlegen. Die alte Keramikstadt besitzt einen 9.000 Quadratmeter großen Ring mit barocken Bürgerhäusern. Nach der Zerstörung durch die Hoseiten 1429 wurde das Rathaus 1535 im Stil der Spätgotik wieder aufgebaut. Es folgten weitere Umbauten, 1776 erhielt das Rathaus seine heutige Gestalt. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Rundgang durch Bunzlau machen wir uns nun auf den Heimweg nach Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.